Moin zusammen, Toni hier von Game of Flurs. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Wir sind bei Türchen Nummer 18 und endlich wieder eine größere Tür. Die wartet hier auf euch und auf mich. Aber vorher gibt es das kleine Intro und dann geht es weiter. So, Türchen Nummer 18. Wieder ein einzelner kleiner, also gar nicht so kleiner, aber wieder ein einzelner Hardweight, den ich hoffentlich jetzt hier irgendwie rausbekomme, ohne mich jetzt selber zu verletzen. Oh Gott, das war mal nix. Hätte man vielleicht nochmal so einen Drillingsschutz drauf machen können. Ah, Alter. Kann sich jetzt nur noch um Stundenhandel her, bis ich dieses Ding über Freitag... So, da ist er. So, wieder von Quantum. Jetzt muss ich aber echt mal sagen, wie ich finde, ein extrem hässlicher Hardweight würde ich mir definitiv nicht kaufen. Kann ja durchaus sein, dass der fängt und gut läuft, aber ich weiß nicht. Mit dem kann ich tatsächlich nicht wirklich was anfangen. Trotzdem mal, was steht mir so drauf? 108 ist wahrscheinlich 10,8 cm. DD für Deep Diving und Suspending würde ich jetzt mal sagen. Ja, gibt bestimmt Leute, die diese Köder sehr gut gerne fischen. Ich glaube, nee, ich nicht. Also das ist jetzt das erste Türchen, wo ich sagen muss, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber das ist nur persönlicher Geschmack und ist gar keine Wertung dem Köder gegenüber, sondern einfach wirklich nur persönlicher Geschmack. Hat mir nicht gefallen, die 18. Aber da gibt es sicherlich Leute, die diesen Köder sehr toll finden. Und ja, dann gibt es da sicherlich auch nichts zu meckern. In dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder zur Türchen Nummer 19. Und dann sind wir schon fast auf der Ziel geraten. Junge, Junge, ging schnell. Also, bis morgen. Genießt euren Tag. Euer Toni.